Herr Horn, leider konnten wir alle, der Rainer und ich und auch die Redaktion, wir konnten nicht verstehen, worum es denn eigentlich in ihrer Wette geht, da sie auf ihrem Web-Anfragsformulat wieder einmal mehr auf die kompetenzorientierte, zentralisierte, standardisierte Reifebrüche eingegangen sind. Sie müssen verstehen, mit der neuen Reifeprüfung ist das so. Es gibt drei Hauptsäulen. Die erste ist die Säule der vorwissenschaftlichen Arbeit, die die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern schreiben müssen. Die zweite... Entschuldigung, ich habe das Gefühl, dass ich das schon mindestens einmal gehört habe. Ja, aber bestanden hat sie noch keiner. Ja, das liegt vielleicht daran, dass sie erst in ein paar Monaten stattfindet. Ja gut. Ja, wie sieht denn nun ihre Wette aus? Also, ich wette, dass ich es schaffe, egal in welcher Lage ich mich befinde, stets zu lächeln. Denn mein Motto ist, immer lächeln. Das ist spektakulär. Nun bitte machen Sie sich bereit, währenddem ich den Herrn Lugner befrage. Herr Lugner, glauben Sie, dass dieser stets gut gelaunte Schulleiter in der Lage ist, seine Wette zu leisten? Das ist eine Wette zu machen. Ich gehe ja wette, wenn Sie nicht entscheiden müssen. Oh, nein, also ich sag ja. Ich sag das, was Herr Liggy sagt. Ja, dann soll man ja. Nun gut, es ist Ihre Entscheidung. Dann sage ich, top, die Wette gilt's. Herr Direktor, Herr Direktor! Diana hat keine Hausche und geht mit Straßenschuhen durchs Schulgebäude. Herr Direktor, Herr Direktor, ich gebe sicher keine Kurvoranmeldung für meine VWA auf. Herr Direktor, Herr Direktor, der Herr Professor Grollitsch ist krank. Ich komme gleich mit in die Schule. Herr Direktor, Herr Direktor, wir benutzen den Lift, obwohl wir nicht verletzt sind. Herr Direktor, Herr Direktor, wir warten auf dem Lehrerparkplatz. Herr Direktor, Herr Direktor, die Schüler spielen Fußball auf unseren schönen Fußballplatz, obwohl es regnet. Herr Direktor, Herr Direktor, hier bin wir die Nacht der Smartport angelassen. Herr Direktor, Herr Direktor, der Wurmwitz hat ja schon wieder aus dem Fenster gesprungen am Sprücker Tischtennis. Herr Direktor, Herr Direktor, der Herr Professor Ohmann ist jetzt auch der Direktor. Herr Direktor, Herr Direktor, Herr Direktor, Herr Direktor, wir brauchen sehr viele Jahree. Großer! Großer! Bitte verleiten Sie noch wieder einen Backstage-Bereich. Wiedersehen! Jetzt! Auf der Bühne wird der Stuhl nur gehoben, nicht geschoben. Und nun, meine Damen und Herren, präsentiere ich Ihnen Musik vom Ersten.